Königin Maxima ist mit ihren Outfits Musik für die Augen. Auch bei ihrem letzten Auftritt in der niederländischen Gemeinde Hoogsche Waard können wir einfach nicht wegschauen. Die Bluse erinnert mit ihrer asymmetrischen Form und der überdimensionalen Schleife fast an eine Bonbon Verpackung. Die dazu kombinierte lässige Bootcut Jeans gibt dem Look etwas Unbeschwertes. Unbeschwert ist hier auch ein gutes Stichwort. Setzt sich Maxima bei diesem Auftritt doch für mehr Musik im Klassenzimmer ein. Die Königin ist Ehrenpräsidentin des Programms und fordert eine musikalische Grundausbildung für Grundschüler. Der Besuch in der Schule in Pötterschuk ist etwas ganz Besonderes. Ist es doch das erste Mal, dass Maxima der Gemeinde im Westen der Niederlande einen Besuch abstattet. Da kann auch das schlechte Wetter die gute Laune nicht vermiesen. Ihr transparenter Regenschirm ist dabei ein netter Hingucker, doch ein Detail lässt sich leider nicht übersehen. So sind sowohl die Hose als auch die Bluse ziemlich verknittert. Bereits bei einem Auftritt im Mai 2020 hat Maxima sich in ungebügelter Robe präsentiert. Bei ihrem Besuch eines Amsterdamer Krankenhauses zeigt sie sich im zerknitterten Ballonärmelkleid. Doch woran liegt es, dass die Königin sich öfter mal in ungebügelten Looks präsentiert? Erklärungsversuche legen nahe, dass Maxima sich gerne in natürlichen Stoffen zeigt, die einfach schneller zerknittern. Zudem reist die Königin durch die Niederlande gerne im Auto. Auch bei ihrem letzten Auftritt hat sie die niederländische Gemeinde Hoeksche Waard in 45 Autominuten erreicht. Letztendlich ist es aber doch immer die gute Laune, die Maxima ausmacht. Ein zerknittertes Outfit mehr oder weniger fällt da doch kaum in Auge. Outfit